Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt. Ich will ihn aufessen da drin, dass man jede Runde merkt, dass er keinen Bock mehr hat. Das kann ich auch nur sagen, stell dich auf jeden Fall auf die härteste Version von mir ein, denn es geht für mich um alles. Ich habe extrem Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig werden zu lassen. Die Leute wollen eins sehen, werde ich noch mal Champion oder schickt er mich in die Rente? Hallo liebe Kampfboot-Freunde und herzlich willkommen zum Face-Off vor NFC 13 am 25. März in der Dortmunder Westfalenhalle, in der wir hier gerade sitzen und diese beiden Herren werden dann endlich, muss man sagen, ihren Titelkampf bestreiten. Angesetzt war das Ganze ja schon für August letzten Jahres. Meine Herren, da saßen wir ja schon einmal am schwarzen Tisch, damals anderer Ort, diesmal etwas größere Halle und die Stimmung vielleicht auch ein bisschen anders. Es ist viel Zeit seitdem ins Land gegangen. Wie fühlt ihr euch heute? Beim letzten Mal war es ja sehr, sehr respektvoll. Wie seid ihr heute drauf? Für mich hat sich eigentlich wenig geändert. Also jetzt die Aussagen von Max bezüglich der Hochzeit, da diese frechen Leute, die mir dann geschrieben haben, hat mich zu dem Zeitpunkt echt ein bisschen sauer gemacht, aber da ist schon für mich krass drübergewachsen. Im Vorfeld muss man einfach auch ganz klar sagen, dass das jetzt keine Trash-Talk-Geschichte wird. Es geht mir überhaupt nicht darum, hier irgendeine Schlammschlacht gegen Mert anzuzetteln oder das ganze Ding irgendwie dreckig zu gestalten. Es ist für mich eine ganz andere Geschichte. Es ist für mich eine viel tiefere Geschichte und deswegen geht es für mich ganz allein um diesen Gürtel. Es geht um diesen Kampf. Es geht um meine Performance. Es geht darum, abzuliefern. Du hast die Situation gerade angesprochen. Du warst eine Zeit lang ziemlich angefressen. Wir haben uns ja auch abseits der Kameras immer mal wieder darüber unterhalten. Das ist das Einzige, was dir als Kämpfer vielleicht noch so ein bisschen fehlt, so diese Bissigkeit ist, diese vielleicht auch ein bisschen Boshaftigkeit ist. Du hast immer gesagt, ich suche den Evil Mert in mir drin. Und zum ersten Mal gesehen habe ich den tatsächlich nach dem Interview mit Max, als er sich aufgeregt hat, dass der Kampf verschoben wurde, dass die Hochzeit erst mal im Vordergrund stand, deine Hochzeit. Und dass, wie gesagt, es so lange nicht zu diesem Kampf kam. Ich hatte das Gefühl, dass dich das wirklich sehr, sehr angefasst hat irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, dass es vor allen Dingen die Aussage war oder die Unterstellung, ich weiß nicht, wie man es nennen will, war, er hätte mehr für den Sport geopfert als du. Ja, definitiv. Ich meine, ich stehe seit wirklich Wochen um fünf schon auf, dass ich um fünf Uhr dreißig im Gym sein kann, dass ich um sechs das Training beginnen kann. Und dann irgendwie so was auch zu hören, also die ganzen, abgesehen von diesen ganzen Partys und den ganzen Treffen mit Kollegen und alles Mögliche, was sich schon hinten ran geschraubt hat, was einerseits Frustration ist, und dann von irgendjemandem gesagt zu bekommen, hey, du schraubst nicht genug zurück. Sondern dann denke ich mir, woher weißt du das denn überhaupt? Du warst doch gar nicht dabei. Du kennst mich doch erst seit, keine Angst, vielleicht jetzt einem halben Jahr, wenn überhaupt. So, und das hat wirklich zu dem Zeitpunkt hat es wirklich richtig genervt. Die Kritik, die oder dieser Shitstorm, über den du dich aufgeregt hast, ich gönne dir alles mehr. Deine Hochzeit, alles gut. Aber man muss ganz klar sagen, wir sind keine Fußballer. Wir kämpfen vielleicht ein-, zweimal im Jahr und haben nicht jedes Wochenende ein Spiel. Und jeder, der sich dafür entscheidet, professioneller Kämpfer zu werden, der opfert, das wissen wir alle, zig Verletzungen, zig Sachen, auf die man verzichten muss. Ganz banal. Es fängt schon beim Essen an, dass man einfach gerne Sachen isst und es über Monate einfach nicht tun kann. Wie gesagt, ich habe meine Ansicht geäußert. Ein paar Entscheidungen, die du getroffen hast, im Zuge dessen, es ging mir nicht in dem Sinne um die Hochzeit, sondern andere Sachen, die wirklich blöde Entscheidungen waren. Und darüber habe ich mich aufgeregt. Weil du verzichtest auf deine Sachen und ich verzichte auch auf diverse Sachen. Das ist ganz klar. Ich kann eine Sache auch ganz klar nennen. Das ist ja auch kein Ding. Ich meine, es gibt eine MMA-Veranstaltung, die schon zweimal in der Festhalle war. Seitdem ich diesen Sport professionell betreibe, hatte ich einen einzigen Wunsch. Und das ist, dass ich in meiner Heimatstadt kämpfe. Und zweimal habe ich das Ding einfach nicht wahrgenommen. Weil ich, wenn ich mein Wort gebe und zusage und gewisse Sachen mache, halte ich sie ein. Und ich sitze hier als Sportsmann und als Geschäftsmann. Und egal welchen Blickwinkel ich auf deine Entscheidung, die du getroffen hast, egal wie ich mir das, wie man das sieht, es ist einfach die falsche Entscheidung gewesen. Weißt du? Und das ist einfach so das Ding. Du bist Profisportler genauso wie ich. Und als Profisportler hat man einfach die Verpflichtung, den Sport an erste Stelle zu schieben. Und gerade, wie gesagt, weil wir so wenig kämpfen, weil alles so eine Sache hat und dann warst du verletzt, dann sind andere Sachen, dann, das passt einfach nicht. Und deswegen habe ich mich aufgeregt. Und dass dann so ein Shitstorm entsteht. Das ist klar. Ich meine, die Leute feiern alles. Es gibt Leute, die schießen sich auf alles ein. Und dass die Leute dich deswegen dann beschimpfen, das habe nicht ich verursacht, das hast du verursacht. Das ist das Ding. Mal ganz abgesehen davon, ich habe dich schon gerne in Balingen, hätte ich gerne gegen dich schon gekämpft. Und da ist es, obwohl nach über einem halben Jahr Verletzungspause für dich, hieß es, dass du da trotzdem nicht antreten kannst. Moment mal. Ich habe nicht davon nicht gesagt, hey, kann es sein, dass er vielleicht auch nicht verletzt war? Vielleicht war er einfach nur unfit. Vielleicht wollte er da einfach nicht kämpfen. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, aber es ist ja nicht meine Entscheidung. Dass du heiratest, ist ja deine persönliche Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Ich konnte nicht kämpfen. Wenn es nach den Ärzten geht, würde ich gar nicht mehr kämpfen. Trotzdem, ich habe gesagt, es gibt einen Zeitraum, in dem ich auf jeden Fall kämpfen möchte. Und zum frühestmöglichen Zeitpunkt habe ich gekämpft. Und obwohl du dich verletzt hast, habe ich trotzdem gesagt, ich gehe das Risiko ein, ich kämpfe trotzdem. Das ist meine Verpflichtung zu kämpfen und dann kämpfe ich. Und wie gesagt. Ich weiß nicht, wie du dir die Planung zu einer Hochzeit vorstellst. Und ich weiß auch nicht, ob du da schon mal mit drin warst. Man plant eine Hochzeit schon ein Jahr davor. Das heißt, ich wusste schon ungefähr im Januar rum, dass diese Hochzeit am Dezember stattfinden wird. Und ich habe das gleich auch so kommuniziert und gesagt, hey, im Dezember ist bei mir tote Hose. Da geht gar nichts. Oktober geht, alle anderen Monate gehen auch. Aber Dezember ist weg, weil die Halle ist reserviert. Alle Leute sind reserviert für den Tag. Da gibt es nicht sowas wie einen Monat vorher habe ich gesagt, ich habe Bock zu heiraten. Let's go. Machen wir jetzt im Dezember. Dann nehmen wir die Hochzeit raus. Du hast gekämpft. Und das war einfach auch eine sehr dämliche Entscheidung. Das muss man einfach sagen. Und du hast Management, du hast Freunde, du hast Sponsoren. Das hätte man nicht machen können. Du weißt ganz genau, dass das Risiko, dass du dich schlimmer verletzt, dass es da ist, dass du vielleicht verletzt in den Kampf gegangen bist, ist auch scheiße. Und für mich stand eine einzige Priorität, das ist unser Kampf, wie gesagt, gegen dein Privatleben. Ich habe geäußert, dass ich es anders gemacht hätte, aber ich habe nicht gesagt, was die Hochzeit angeht. Weißt du, das muss man einfach mal, das muss man ganz klar unterscheiden. Aber dass du gekämpft hast, das ist scheiße. Und dass ich das über Social Media erfahre, ist auch scheiße. Denn wie gesagt, zweimal gab es eine Eventreihe, die auch nach Frankfurt gekommen ist. Und da habe ich auch nicht zugesagt, obwohl ich die Angebote hatte, obwohl ich das sehr gerne gemacht hätte. Nicht nur sehr gerne, sondern das ist ein Herzenswunsch von mir. Und wenn ich was sage, dann halte ich das auch ein. Und das ist das. Und das ist auch absolut nachvollziehbar, dass ich mich da zu Tode geärgert habe. Ich sehe das auf Social Media und irgendwelche Fans verlinken mich da drauf oder schicken mir das zu. Und ich denke, das ist doch verarscht. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, und ich bin der Depp, der dann da rumsitzt und wartet und wartet und wartet. Und das ist das Ding. Es ist immer ein Unterschied, ob man was freiwillig, persönlich bestimmt. Das ist deine Entscheidung gewesen oder ob man nicht kann, weil mein Auge halt einfach, weil ich keine Freigabe habe, die Freigabe bekommen habe. Abseits davon, meine halbe Fresse ist immer noch taub. Ich habe kein Gefühl, ich ziehe keine Fresse. Ich gehe meinen Weg und kämpfe trotzdem. Ich weiß, warum ich das mache. Wie gesagt, weil Sport und Kämpfen ist meine Leidenschaft, ist meine Liebe. Und alles andere stelle ich hinten dran. Also zudem erst mal, ich habe zwei abgerissene Bänder gehabt, die im MRT sichtbar waren, die ich sofort eingeschickt habe. Ich habe gesagt, ihr könnt das auch einsehen. Der Arzt hat extra seine Nummer hinterlegt, falls es irgendwas sein sollte. Mit zwei abgerissenen Bändern im Schulter-Eck-Gelenk kann man nicht kämpfen. Ich kann noch nicht mal den Arm heben. Dann war es halt so, dass ich im Oktober kämpfen wollte. Sechs Wochen später hast du doch gekämpft. Aber ich habe dir fünf Wochen davor schon abgesagt. Bis zu meinem Kampf waren es fast drei Monate. Lass uns nicht über die Verletzung sprechen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass verletzt niemand kämpfen soll. Weder Max mit deinem Auge, wir intern kennen die Geschichte, dass du da nicht kämpfen kannst, ist vollkommen klar. Dass du mit einer kaputten Schulter nicht kämpfen kannst, ist auch klar. Ich glaube, worauf er jetzt insbesondere anspielt, war der Kampf gegen Sufjev, den du dann auch noch unglücklicherweise verloren hast. Deswegen ganz klar die Frage, war der Sufjev-Kampf ein Fehler? Definitiv war es ein Fehler. Es war halt so, dass man irgendwann halt so im Saft ist, dass man halt Bock hat, hey, das muss vorangehen, ich muss weiterkommen, ich muss weiterkämpfen. Und dann wurde halt das Oktober-Event abgesagt. Und dann, so leid es mir halt tut, im Nachhinein sagt man auch, hätte ich lieber so nicht gemacht, sondern hätte ich mich aufgespart für diesen Kampf. Aber man will halt auch, dass man vorankommt, man wird nicht jünger. Ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich lebe auch so ein bisschen von dem Geld und von dem Kämpfen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, Oktober-Event geht nicht, von NFC aus, ich muss kämpfen, weil sonst habe ich dieses Jahr wieder nur einmal gekämpft, so wie letztes Jahr auch. Und ich werde nicht, wie gesagt, jünger, so im Alter. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache es, was im Nachhinein von so vielen Aspekten eigentlich dumm war. Da brauchten wir gar nicht drüber diskutieren. Es war dumm, dass es sieben Tage vorher war. Ich habe sieben Tage vorher noch einen Weightcut angefangen. Ich hatte 75 Kilo und musste auf 67, Gott sei Dank, runter, also nicht 66. Da ist trotzdem viel. Acht Kilo. An sich schon, dass ich null irgendwie Zeit hatte, mich mental auf irgendjemanden vorzubereiten. Sei es mental, aber sei es auch überhaupt Gameplan technisch. Also, was man ja da auch gesehen hat, macht einen Takedown und das Einzige, was ich mache, ist eine Guillotine springen. Wer macht sowas bei so einem guten Ringer? Theoretisch hätte man da drillen sollen, Takedown-Defense, den Kampf ganz anders eingehen sollen. Das war von so vielen Aspekten aus dumm. Ich habe aus diesem Fehler gelernt. Dahingehend entschuldige ich mich auch bei dir, dass ich dich da sitzen lassen habe. Aber es steht jetzt nichts im Wege zum 25.3. Merz hat diesen Kampf gegen Karo Matulo Sufjev, den man bis dato in der großen Öffentlichkeit kaum kannte, ziemlich eindeutig verloren. Was natürlich bitter ist für einen Champion in einer anderen Organisation. Wie hast du das wahrgenommen und wie hast du auch den Kampf selbst wahrgenommen? Weil das natürlich auch die Performance sicherlich auch eine Rolle in deiner Wettkampfvorbereitung spielt. Zuallererst habe ich mich natürlich unendlich geärgert, dass er es gemacht hat. So. Dann habe ich mich gefragt, okay, was macht er da eigentlich? Ich bin davon ausgegangen, okay, der ist vielleicht nicht fit oder der ist verletzt in diesen Kampf gegangen, weil es spiegelt nicht den Gegner, den ich kenne, den ich haben will. Und am Ende des Tages ist es natürlich einfach scheiße gewesen. Ich habe mir nur gewünscht, dass er verfickt nochmal gewinnt und diesen Gürtel holt, damit da auch, ihr wisst ja selber, wie es ist. Die Szene beißt sich auf irgendwelche Fehler fest, die Szene vergisst nicht und dann wird die Kacke immer wieder durchgewühlt. Und das habe ich mir einfach gewünscht, dass das vermieden wird. Deswegen, was das angeht, ich bin extrem risikofreudig, aber was das angeht, das Risiko hätte man einfach nicht eingehen dürfen. Ich verstehe deinen Punkt, deswegen sage ich, du hast Sponsoren, du hast ein Team hinter dir und man hätte das irgendwie versuchen, vielleicht anders zu lösen, gerade weil ein finanzieller Aspekt vielleicht im Vordergrund stand. Aber was soll man sagen? Es ist passiert, es ist unglücklich gelaufen, trotzdem volle Konzentration jetzt auf den 25. März und fertig. Was meinst du mit, die Szene beißt sich ein Fehler fest? Hast du das Gefühl, dass selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, den Gürtel gewinnen solltest, ihn schlagen solltest, dass es dann immer noch heißt, ja gut, aber der Sufi hat ja ihn geschlagen, den gibt es da auch noch? Wir reden über Fakten. Das wäre natürlich dann einfach ein Fakt, der da ist. Und er ist jetzt kein so bekannter Kämpfer. Er hat den Champion von einer anderen Organisation besiegen können. Das ist einfach ärgerlich. Und die Leistung ist natürlich auch nicht die Leistung, die er gegen Jano oder so abgerufen hat, was ein ganz anderer März war. Und wie gesagt, die Leute, die sich das anschauen, sind größtenteils, die haben auch nicht so kompetente Ahnung wie wir oder sehen das nicht so professionell wie wir. Die sehen einfach nur ein Ergebnis. Und das Ergebnis spricht halt gegen ihn. Das ist halt das. Weil das Ding wird aufgebaut von uns. Und ich bin einer, der das Ganze auch aufbaut mit allen nötigen Mitteln. Deswegen, ja. Jetzt findet das Schicksal ja manchmal eigenartige Wege. Der Kampf zwischen euch beiden hat im August nicht funktioniert. Dafür sitzen wir jetzt hier. Wesentlich größere Halle, wesentlich größere Bühne. Im Nachhinein alles gut so, wie es gekommen ist? Ich bin auch immer ein Optimist. Ich sehe die Sachen positiv. Ich will und ich freue mich einfach nur, dass dieser Kampf zustande kommt. Und natürlich ist das Ausmaß viel größer. Und die Halle ist hundertmal geiler. Gar keine Frage. Also ich glaube auch, er kämpft lieber hier als in Wallingen. Und wie gesagt, das ist ja die Vergangenheit. Ich weiß ja, dass du deine Fragen auch vorbereitet hast. Und man muss natürlich auch in gewisse Wunden pieksen. Aber wie schon erwähnt, ich sitze jetzt nicht hier, um Mert Vorwürfe zu machen. Das ist eine Kritik, die ich geäußert habe. Und die Kritik ist meiner Ansicht nach hundertprozentig zurecht. Trotz alledem geht es jetzt um diesen Gürtel, den ich mir holen will. Und der Rest ist jetzt auch scheißegal. Ich will eine geile Performance hinlegen. Ich will, dass dieser Kampf der krasseste Kampf, der jemals bei NFC war, dass die Leute das sehen. Und wie gesagt, es geht für mich um viel, viel mehr. Es ist womöglich das letzte Mal, dass ich um meinen Titel kämpfen werde. Und für mich spielt alles, was danach kommt, überhaupt keine Rolle. Es gibt nur diesen Kampf. Es gibt nur diesen Kampf. Vor zehn Jahren habe ich meinen allerersten Gürtel, meinen ersten Gürtel kämpfen können. Ich habe den gewonnen. Zehn Jahre später sitze ich jetzt hier mit euch am Black Table. Es geht um diesen Gürtel. Und den will ich mir holen. Und das ist das Einzige, was für mich zählt. Und du bist zum ersten Mal Headliner in so einer Arena hier. Also in so einer großen Arena. Auch deshalb der Grund, dass du in einem deiner Videos neulich gesagt hast, ist der wichtigste Kampf deines Lebens. Weil du hast schon einige große Kämpfe gehabt. Ja, das stimmt. Für mich ist das Entscheidende das, was dieser Kampf mit sich bringt. Die Geschichte, die hinter diesem Kampf steht. Ich weiß, viele denken jetzt im ersten Moment, okay, er hat bei PFL gekämpft. Er hat im Madison Square Garden gekämpft. Aber es geht ja auch um eine gewisse Aufmerksamkeit. Es geht um eine gewisse, ja, die Leute wollen eins sehen. Werde ich nochmal Champion oder schickt er mich in die Rente? Bin ich in der Lage, nochmal der Beste der Organisation zu werden oder geht es halt einfach nicht mehr? Kann ich alles unter einen Hut kriegen oder ist es alles zu viel und ich will es? Ich kämpfe aus Liebe. Erweiler muss. Ich kämpfe aus Liebe zu dieser Sache. Ich habe so angefangen. Es ist keiner da, der hier sagt, okay, ich werde jetzt MMA-Profi, damit ich mir ein geiles Auto kaufen kann, damit ich mir eine Villa holen kann oder so. Das ist ganz weit weg. Wir haben alle aus dem gleichen Anfang. Das war der gleiche Start. Die Liebe zu dieser Sache. Und das ist die große Motivation. Ich will es den Leuten zeigen und ich will Kids da draußen inspirieren, dass man für seine Sachen kämpfen muss und kämpfen soll. Und deswegen ist dieser Kampf für mich der wichtigste Kampf meines Lebens. Ich will es allen zeigen. Ich will es mir zeigen. Jetzt sind natürlich auch die Bedingungen für dich andere als damals noch im Sommer, als der Kampf ursprünglich mal angesetzt war. Damals bist du mit jeder Menge Momentum unterwegs gewesen. Du hast den Titelgewinn im Rücken, hast Giano fünf Runden lang dominiert. Jetzt kommst du aus einer Niederlage. Wie fühlt sich das für dich an, hier zu sitzen? Sind die Vorzeichen andere für dich? Das Wichtige ist einfach nur, aus der Niederlage zu lernen. Also ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, scheiße, kriege ich das überhaupt hin und ich zweifle an mir. Das Einzige, was ich Max versprechen kann, ist, erwarte nicht so einen Mert wie da gegen Karamatuio erwarte. Einen richtig dreckigen Mert. Einen, der dir zeigt, dass du wirklich da mithalten musst. Also genau, ja. Er hat es gerade gesagt, es wird wahrscheinlich die letzte Titelchance sein, die er hat. Wenn er verliert, wahrscheinlich schon. Und wenn man sich so die Kommentare durchliest auf Social Media, wir haben ja den Post gemacht, wo du gesagt hast, das wird der wichtigste Kampf meines Lebens. Da waren schon ein paar fiese Kommentare drunter, die gesagt haben, naja, deine besten Kämpfe liegen eh lange zurück. Und natürlich ist Max lang dabei, aber... Gehört er schon zum Einen? Solche Leute darf man gar nicht ernst nehmen. Er hat selbst gerade von Rente gesprochen. Naja, trotzdem. Das ist doch... Er kann trotzdem kämpfen. Er hat einen Haufen Erfahrung. Er sieht trotzdem fit aus. Ich werde da keinen Fallobst erwarten. Ich werde jemanden erwarten, der, selbst wenn er richtige Bomben abbekommt, immer noch versucht mitzukämpfen. Und genau mit so einer Einstellung muss man auch in jeden Kampf gehen. Wenn ich jetzt schon wieder erwarte, naja komm, der wird da ein, zwei Hände kriegen und dann wird er aufgeben. Dann wird der Kampf so oder so nichts. Ja, also ich erwarte den stärksten Max Koga, der bislang in seinen fast 30 Kämpfen da war. Und er soll genauso den stärksten Mert erwarten, der bislang überhaupt auf die Bühne gekommen ist. Was für einen Mert erwartest du denn? Weil ich tue mich extrem schwer vorherzusehen, wie dieser Kampf ablaufen wird. Also wir haben ja einen Mert gesehen, der gegen Giano zum Beispiel drei Runden lang mitgeboxt hat. Wir haben aber auch einen Mert gesehen, der im Rückkampf wieder auf seine alten Stärken sich zurückbesinnt hat und gerungen hat. Wir haben aber auch einen Mert gesehen im letzten Kampf, der gerungen wurde und dabei nicht so gut aussah. Was für einen Mert erwartest du? Bei Mert ist für ihn, und das weiß ich ganz genau, ist eine Sache sehr wichtig, das ist das Mindset, die mentale Sache. Das war auch so eine Sache, er hat diesen Einkampf angenommen und das ist blöd gewesen. Jetzt stellt er sich auf mich ein und er stellt sich, das kann ich auch nur sagen, stell dich auf jeden Fall auf die härteste Version von mir ein. Denn es geht für mich um alles. Es geht für mich um alles. Und dementsprechend wird das einfach ein krasser Kampf. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er vorbereitet, sehr gut vorbereitet in diesen Kampf kommt. Er hat gezeigt und er hat bewiesen, dass er Top-Leute schlagen kann. Top-Leute schlagen kann. Er hat sie geschlagen. Ich sage ja auch nur das, ich habe keinerlei Zweifel, dass ich ihn schlagen werde. Ich sage nur das, was in der Luft liegt, was die Leute sehen wollen. Es geht um die Aufmerksamkeit. Die wollen einfach wissen, die ganzen Leute, die Zuschauer, kann es Max Kruger packen, den Titel einfach nochmal zurückzugewinnen? Ist es möglich oder ist das jetzt alles vorbei? Kümmert er sich um seinen Club? Ist er jetzt einfach weg von diesem Sport? Das ist das Ding. Ich habe keinen Zweifel. Ich weiß, wie gefährlich dieser Sport ist. Hier mein Gesicht. Ich weiß, wie gefährlich, wie hart es auch sein kann. Ich gehe nicht einfach in den Kampf unvorbereitet oder gehe in den Kampf und denke mir, okay, vielleicht, ich habe vielleicht einen Moment und dann werde ich zuschnappen. Nein, ich habe harte Vorbereitungen in meinem Leben gehabt. Ich weiß genau, worauf es ankommt. Und genau das ist das, was ich schon seit Monaten einfach durchlebe. Und ich bin einfach nur froh, dass es zu diesem Tag endlich kommen wird. Ich bin froh, dass ich heute hier sitzen kann am Black Table. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, so viele, so viele Waren kommen, dass es dauert noch einen Monat, es dauert noch Wochen. Und jetzt sitzen wir hier und ich weiß, der gleiche Moment wird einfach da sein, wenn es dann endlich zur Fight Week kommt und es dann einfach ernst wird. Und ich freue mich einfach drauf. Und es wird der krasseste Fight des Jahres. Der krasseste Fight von NFC, der bisher bei NFC da war. Viele reden jetzt hier auch gerade darüber, dass er jetzt Rente oder ob es weitergeht, dass für ihn sehr viel auf dem Spiel steht. Genauso viel steht für mich auch auf dem Spiel. Ein Sieg gegen Max Koga öffnet einem hinterher alle Türen, die man hatte. Ich stehe gerade in diesem heißen Punkt in meiner Karriere. Ich bin 29 Jahre alt. Zwei, drei, vier, fünf gute Siege und schon kann die Welt ganz, ganz anders aussehen. Das heißt, ich gehe genau mit so einer Härte rein, genauso mit so einem Biss rein, wie er da reingehen wird. Nur aus anderen Gründen halt. Du nimmst mir da gewissermaßen die Worte aus dem Mund. Denn ich glaube, auch für dich ist es der wichtigste Kampf deiner Karriere bisher. Also Headliner in der Halle. Dann diese Fede, die sich ja jetzt seit einem halben Jahr hinzieht. Oder was heißt Fede? Aber dieser Kampf, der schon so lange im Raum steht, so will ich es jetzt mal nennen. Dazu jetzt noch dieses Rebounden nach der Niederlage sozusagen. Das ist ja alles sehr, sehr wichtig. Und du standst schon einmal in deiner Karriere an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Das war damals NOVA, auch in Baling. Du warst ungeschlagen bis dato. Und im Prinzip dieser eine Sieg damals, der hätte gereicht und es wäre im Prinzip das sichere Ticket. Wahrscheinlich in die UFC gewesen, mindestens aber irgendwo ins Ausland. Damals hat das nicht geklappt. Irgendwie standst du damals auch neben dir gefühlt. Ich habe dich damals auch nicht wiedererkannt, als ich dich da gesehen habe. Keine Ahnung, woran es damals lag. Bist du mental stark genug für diesen Kampf? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, aus jeder Niederlage lernt man. Und deswegen war auch die letzte Niederlage so gesehen klar ein Fehler, aber trotzdem für mich Gold wert. Weil ich einfach daraus lernen konnte, warum hat es schon wieder nicht geklappt. Weil gerade diese Niederlagen habe ich für mich selber, das brauche ich auch gar nicht jetzt irgendwie aufzählen, habe ich Muster erkannt, die ich immer wieder durchführe, wenn ich eine Niederlage eingesteckt habe. Und genau diese Muster merkt sich genau für diesen Kampf jetzt einfach aus. Es ist das Aufeinandertreffen der zwei komplettesten MMA-Kämpfer, die der NFC hat. Keiner ist so komplett. Ich habe so viel Erfahrung. Deswegen ist dieser Kampf so speziell. Die Leute wissen einfach nicht, was passieren wird. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Und entscheidend ist das und das. Und das sind meine stärksten Attribute. Das ist das Stärkste, was ich habe und mitbringen kann in den Kampf. Und das ist so wichtig und so geschärft wie noch nie. Es ist so scharf wie noch nie. Ich sehe es 100%ig genauso wie du. Deswegen ist dieser Kampf auch so spannend. Deswegen war es schon im August, als ihr noch die besten Freunde wart. Deswegen ist es auch jetzt noch. Weil ich mir absolut nicht ausmalen kann, wie dieser Kampf ablaufen wird. Ob gerungen wird, ob gestriket wird. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast bewiesen, dass du im Stand mit den Besten mithalten kannst. Mit Jano, der jetzt in der UFC kämpft und aus dem Kickboxen kommt. Bei dir brauchen wir uns sowieso nicht unterhalten. Am Boden seid ihr beide stark. Und ich stelle euch jetzt im Prinzip Fragen, die ich sonst in diesen Black-Table-Formaten eher so als Standardfrage raushaue, weil ich einfach so ein bisschen Trash-Talk rauslocken will. Aber ich stelle die diesmal deshalb, weil ich verstehen will, wie ihr euch diesen Kampf vorstellt. Was glaubst du, wie du Mert am ehesten schlagen kannst? Was ist aus deiner Sicht seine größte Schwäche, so komplett wie er als Kämpfer ist? Ich bin ein unheimlicher Pressure-Fighter und ich mache extrem viel Druck. Basierend auf starker Kondition, auf einem starken Kraftlevel. Und egal, wo ich landen werde, es geht mir immer, generell mein Kämpfen, ich will komplett, ich will komplett dominieren. Und das habe ich jetzt genauso vor. Und auf so ein Kaliber, das sind Sachen, wenn man sich eine Analyse anguckt, dann sieht man einfach nur. Aber das fühlt man nicht, man sieht nicht in die Augen, man spürt nicht diese Überzeugung, die man im Käfig hat, wenn man auf mich trifft. Und das, das ist eine neue Erfahrung. Es ist eine neue Erfahrung für Mert, so wie es für viele andere auch damals eine neue Erfahrung war, die World Champions geworden sind, die ich besiegt habe. Das ist einfach was anderes. Ich sterbe in diesem Cage, ich lasse alles da. Man musste mich schon raustragen nach den Kämpfen. Ich habe Kämpfe gemacht, wo mein Fuß am Arsch gegangen ist, kaputt gegangen ist. Und ich höre nicht auf, ich höre nicht auf. Und nicht, um Leute zu enttäuschen, sondern das ist mein eigener Antrieb. Max ist eines der physisch stärksten Federgewichte Deutschlands, wenn nicht das physisch stärkste. Er ist auch sehr, sehr starker Allrounder im Stand. Da braucht man sich unterhalten am Boden, die meisten Kämpfe gefinisht. Selbe Frage an dich. Was glaubst du, wo er am ehesten eine Lücke hat, in die du einstoßen kannst? Du hast gerade gesagt, er ist einer der physisch stärksten. Oder einer der physisch stärksten. Dann hat er noch nie gegen mich gekämpft. Ja, also wenn mich auch was ausmacht, dann ist es diese physische Stärke. Und das wird er erst im Käfig fühlen können. Und so wie ich Max halt einschätze, genau gerade mit diesem Pressure Fight, mit diesem Dirty Fight in die ganze Nase rein. Ich habe extrem Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, jetzt dreckig werden zu lassen. Dass wir uns zusammenschlagen, dass wir Cuts haben, dass wir Bluten am besten Fall. Und am Ende steht dann der Stärkere. Gefällt mir. Diese Geschichte mit deinem Auge. Du hast nach dem Janu K.O. schon massive Probleme gehabt mit der linken Gesichtshälfte. Jetzt, nachdem die ganze Auge aus dem Sack ist, machst du dir Sorgen, dass Gegner das vielleicht auch nutzen können? Das ist kein Problem. Ich meine, ich hatte mit Safar Mosen einen Powerpuncher, der auch genau da drauf geschlagen hat, der den Cut geöffnet hat. Und ich muss auch sagen, ich habe die Vorbereitung davor mit einem Butenko gemacht. Das heißt, es ist auch einer, der richtig viel Druck in den Händen hat. Ich habe da hundertprozentiges Vertrauen. Ich sage nur, die Konsequenz von diesem K.O. ist einfach, dass ich kein Gefühl mehr auf der Seite habe. Ich habe kein Gefühl. Aber es ist auch kein Problem. Ich liebe diesen Sport. Es sind Opfer, die man bringen muss. Aber dass ich jetzt eine Einschränkung dadurch habe, überhaupt nicht. Da sind Platten drin. Alles ist stabil. Und wie gesagt, es ist nur das Gefühl. Wenn du mir jetzt ein Küsschen hier drauf geben würdest, dann ist das Gefühl wieder da. Dann würde sich nichts regen. Sehr schön. Ja gut, Freunde. Dann lasst uns doch hier zum Schluss kommen. Ich denke, am Ende werden wir wahrscheinlich eh am 25.03. erst erfahren, wie dieser Kampf genau ablaufen wird. Das ist es ja, was dieses Duell auch so spannend macht. Ich würde gerne noch etwas sagen. Na, aber bitte. Ich habe für Max noch etwas mitgebracht. Haare? Nein. Ein Fanshirt. Weil nach diesem Kampf wirst auch du ein Irrsy Rhythm Fan werden. Danke dir. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage für euch beide. Wie endet dieser Kampf am 25.03? Wer möchte anfangen? Mit Fanshirt. Mit Fanshirt. Ja. Gebt uns eine Prognose? Ich bin ein Freund von vorzeitig und ich mache alles dafür, um vorzeitig dieses Ding beenden zu können. Egal wie. Das ist genau die Einstellung, die ich will, die ich erwarte. Und es wird, wie gesagt, MMA-technisch Next Level werden. Die Leute können sich hier auf ein wirkliches Duell von zwei Spitzenkampfsportlern freuen. Von den Spitzenkampfsportlern. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang schon, auch die Leute, die drumherum sind. Ich habe gesagt, ey, das wird jetzt keiner auf Presse irgendwie Schlammschlacht oder es wird nicht dreckig. Hier geht es diesmal um Performen High Level Deutschland MMA. Und das werdet ihr sehen. Das können die Leute, das können die Leute erwarten am 25.03. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Und wirklich, mir ist es egal, ob es per Punkte ist. Mir ist es egal, ob es vorzeitig über Submission oder über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt. Ich will ihn aufessen da drin. Dass man jede Runde merkt, dass er keinen Bock mehr hat. Er hat keinen Bock, aber ist irgendwie noch ein bisschen zu stolz, um irgendwie aufzugeben. Das möchte ich nur zeigen. Da ist er, der Idyl Mert. Am 25.03. werden wir es erfahren. Westfalenhalle in Dortmund. Ihr seht die Arena. Wunderschönes Ding. Wird kochen im März. Tickets gibt es unter fighting.de. Wer es nicht nach Dortmund schafft, der kann sich das Ganze zu Hause anschauen. Als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube oder im Pay-Per-View auf fighting.de. Meine Herren, vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest. Und ich freue mich riesig auf diesen Kampf. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Ich freue mich. Es geht um diesen Gürtel. Und den will ich mir holen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Mir ist egal, ob es vorzeitig über Submission oder über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgeht. Es ist womöglich das letzte Mal, dass ich um meinen Titel kämpfen werde. Ich habe richtig Bock drauf, jetzt dreckig werden zu lassen. Und am Ende steht da eine Stärke drin. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott.